Der Herbst färbt die Blätter an den Bäumen bunt. Irgendwann fallen diese dann aber ab. Für den Fall hat die Barlachstadt Güstrow wieder sogenannte Big Bags an besonders laubvollen Straßen aufgestellt. Seit 2016 macht die Barlachstadt das und entlastet so die Anwohner vom Entsorgen der Blätter und die Nachfrage steigt von Jahr zu Jahr. Die Big Bags haben ein Fassungsvermögen von einem Kubikmeter. Wöchentlich werden sie von Mitarbeitern des Stadtbauhofs gelehrt. Der Inhalt wird dann zum Außenlager in den Stränzer Weg gefahren und dort weiterverwertet. Leider werden die Laubsäcke von einigen als Mülleimer missbraucht. So landen Flaschen, Radios, Papier, Textilien und Gartenabfälle in den Big Bags. Circa 4-6 Wochen stehen die Behälter an den Straßen. Wenn die Bäume ihr gesamtes Laub abgeworfen haben, werden die Laubsäcke wieder eingelagert.